Endspurt in Kalenderwoche 17, 2019 und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chartcheck, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs, in dem wir heute noch schnell einen Wunsch erfüllen und eine Analyse auf Fresenius machen. Wer jetzt Wirecard erwartet hat, da verpassen wir aktuell nichts, die Kurse hängen im Bereich von 130 Euro fest, da gibt es das nächste Video dann in der kommenden Woche. Der Chart bei Fresenius ist auch einen Tick spannender im Augenblick, denn in dem sah es ja lange so aus, als ob wir es mit einer inversen Flagge zu tun hätten. Die wurde jedoch nie nach unten aufgelöst, sondern stattdessen entwickelte sich ein veritabler Aufwärtstrendkanal, der die Papiere immerhin auf das amtierende Jahreshoch bei 52,82 trug. Das war vor genau drei Wochen und seitdem, ja, läuft so etwas wie eine Konsolidierung beziehungsweise ein Pullback, denn exakt im Bereich dieser Haltezone zwischen 50 und 48 Euro beziehungsweise 48 und 50, wenn man von unten drauf schaut, hat die Aktie jetzt einen kleinen Boden ausgebildet und dreht gerade wieder nach oben ab. Das heißt, wenn jetzt der Rebreak bei 50 Euro gelingt und die Papiere im Anschluss direkt in Richtung 51er-Marke durchstarten und anschließend auch das Jahreshoch überbieten, wäre nicht nur die Rückkehr in den Aufwärtstrendkanal geglückt, übrigens zum zweiten Mal, das ist so ähnlich im März nämlich schon mal passiert, sondern dann wäre auch direkt wieder Platz und zwar bis an den GD 200 und die 55er-Schwelle, beziehungsweise das markante November-Top bei 57,02. Ja, und darüber können wir schon die runde 60er-Marke als Kursziel ausrufen. Auf der Unterseite ist es jetzt vor allem die 48er-Marke, die wir im Auge behalten müssen. Wenn es nämlich darunter geht, geraten die Kurse noch einmal in den Sog des Mega-Gaps vom 7. Dezember und es ist meist so, dass solche Kurslücken, selbst wenn sie wie hier bereits gefüllt sind, noch eine ganze Weile so etwas wie eine magnetische Anziehungskraft besitzen. Damit merken wir uns natürlich auch gleich die Haltelinien bei 47 und 46 Euro und spätestens unter der wäre dann allmählich Schluss mit Bullish und lustig. Ja, hier ist jetzt auch Schluss und zwar für heute. Für Sie ein schönes Wochenende und für uns einen Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat, vielen Dank dafür und Servus bis Montag!